Wenn du eine ambitionierte Neutralläuferin mit hohen Ansprüchen an einen Geländeschuh bist, dann wird dich der SX Fuji Trainer in Gore-Tex-Version überzeugen. Das Obermaterial ist wasserdicht und atmungsaktiv und bietet Schutz auch bei extremen Wetterbedingungen. Die Schnürsenkeltasche an der Zunge sorgt für mehr Sicherheit beim Laufen, weil du mit den Schnürsenkeln nicht irgendwo hängenbleiben kannst. Und weil unsere Zähne gerade bei den vielen Steinen und Wurzeln doch schnell leiden, ist der Schutz in diesem Bereich ganz wichtig. Mit seiner Speva-Zwischensohle und der Geldämpfung im Rückfußbereich erhält der Schuh eine angenehme Dämpfung und schützt dich vor Aufprallkräften. Trotz aller Dämpfung ist natürlich auch ein guter Bodenkontakt und ein direktes Laufgefühl beim Trailaufen sehr wichtig. Dafür sorgt vor allem der flache Sohlenaufbau. Die Außensohle ist so konstruiert, dass du immer genügend Halt hast und das auf allen Laufuntergründen und bei vielen Bewegungsabläufen. Wir haben den Wald ja meist nicht direkt vor der Haustür liegen. Kleine Passagen auf Teer sind mit dieser Sohle absolut möglich. Der Essex-Gel Fuji Trainer in seiner Gore-Tex-Version wird dich begeistern, wenn du einen zuverlässigen und wasserdichten Schuh für deine Trailäufe suchst. Du bekommst ihn natürlich in deiner Runners Point Filiale oder hier im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.